Guten Morgen, sagt Harry Hurtig heute am Strand von Maspalomas, den 7. Februar 2017. Es ist 9 Uhr 25 Minuten. Kein Wind, keine Wolken, 23 Grad, einfach nur traumhaft. Was für ein schöner Tag, schöner Morgen. Kaum Wellen. Ja, und wenn Sie mal überwintern möchten, dann haben wir für Sie das richtige Angebot. Einen wunderschönen Bungalow für die Wintermonate bis 6 Monate. Campo International für 950 Euro, inklusive Strom, Wasser, Wifi, alles dabei. Kontakte über die Webseite www.check7x24.com Mieten, kaufen. Ja. Was für ein traumhaftes Wetter. So, mit diesen Bildern verabschieden wir uns wieder. Und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Bis bald.